Ja, grüßt, Seichbuhr. Heute geht es um die 10 Anzeichen einer toxischen Frau. Ich habe hier nämlich auch noch eine Frage offen, wie man eine Frau mit hohen Moralvorstellungen erkennt. Deswegen habe ich mir gedacht, tun wir doch mal die 10 Aussortierungszeichen auflisten, damit ihr dieser Frage auf den Grund gehen könnt, wenn ihr euch mit einer Frau auseinandersetzt. Und zwar, was ich da allgemein sehe, ist, dass wenn es jetzt um toxischere Frauen geht, die jetzt höher in der dunklen Triade sind, wie man es sagt, also Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie und niedriger zeitgleich in diesem Ehrlichkeitsbescheidenheitswert sind, dass sich viele, die sich damit auseinandersetzen oder auch die Themen behandeln, viel zu sehr auf die Diagnosebilder oder den Namen der Persönlichkeitsstörung fokussieren und viel zu leicht immer eine Diagnose raushauen. Dann sagen sie, ja, das ist jetzt Borderline oder damit kann man mit der Borderlinerin oder klinischen Borderlinerinnen besser umgehen. Das Problem dabei ist halt dieser Hyperfokus auf die Persönlichkeitsstörung und das Diagnosebild, das dann nur mit bestimmten Verhaltensweisen und Symptomen einhergeht, wobei sich natürlich auch die Mental Health Professionals, wie man ja sagt, schwer tun mit überhaupt einer Diagnose dieses besagten Krankheitsbild, weil es gibt ja bestimmte Differenzialdiagnosen, dass man zum Beispiel bei Borderlinerinnen auch sagen kann, ja, es könnte auch eine bipolare Störung sein oder eine Art der posttraumatischen Belastungsstörung. Aber hierbei ist es natürlich von Vorteil, wenn man sich mit den ganzen Diagnosebildern auskennt, weil sobald man das dann benennen kann, welchen Missbrauch oder was für eine Art von Mensch die Frau dann in diesen Fällen auch ist oder war, dann hat man natürlich Klarheit und wenn man sich klar ist, dann fühlt man sich gleich erleichtert, weil ja dann schon mal das benennt werden kann, was einem da passiert ist, beziehungsweise die Person dahinter, die diese manipulativen Verhaltensweisen auch an den Tag legen. Mein Problem damit ist aber, dass sich die Leute dann zu sehr, wie vorhin schon gesagt, auf eines fokussieren, nämlich auf das Diagnosebild und die damit einhergehenden Symptome. Und die Gefahr dabei ist, dass man dann zu kleinkariert denkt, weil erstens kann man selber eine falsche Diagnose gestellt haben sozusagen, zweitens geht mit Borderline zum Beispiel auch oft eine Kormobilität einher. Das heißt, dass Borderliner oft auch Verhaltensweisen von Narzisstinnen in diesem Fall an den Tag legen oder zum Beispiel Histrioniker. Und dann, wenn man sich nur auf diese kleinen Kästchen des Borderlines konzentriert, dann fällt dieser weitere Blickwinkel komplett aus, wodurch man dann einen zu großen Fokus auf dieses eine Bild hat, anstatt das Gesamtbild dann zu betrachten. Deswegen finde ich es viel sinnvoller, sich die Verhaltensweisen anzuschauen und dann daraus letztendlich nicht gleich rauszuhauen, okay, 100% Borderliner, sondern einfach eine Frau in dem Fall mit niedrigen Ehrlichkeitsbescheidenheitswert. Und ich zeige euch hier nochmal die Zeitung der sogenannten Kormobilität, denn Borderlinerinnen in diesem Fall überschneiden sich ja dann sehr häufig auch mit den antisozialen Persönlichkeiten. Sekundäre Psychopathie, das ist die sogenannte Soziopathie oder verletzlicher Narzissmus. Das sind anstatt diese grandiosen Narzissen immer diese weinerlichen. Und da muss man immer aufpassen, dass man dann bei so einem hochgradig verletzlichen Narzissen nicht plötzlich dann sagt, ja, das ist Borderline. Weil verletzliche Narzissen wieder komplett andere Verhaltensweisen noch mit reinbringen, die man dann aufgrund des Hyperfokus auf das Label Borderlines außer Acht lässt. Und deswegen fasse ich gerne auch jetzt zum Beispiel narzisstische Persönlichkeit, die ja dann auch wieder mit der primären Psychopathie oder auch mit Borderline überlappt, als niedrigen Ehrlichkeitsbescheidenheitswert zusammen oder als hoch in der dunklen Triade. Weil dadurch natürlich alle Verhaltensweisen, die sie sich ja alle insgesamt teilen, viel einfacher erfasst werden können und dann auch die Person nach den Verhaltensweisen evaluiert werden können. Anstatt dass, um uns hier dauernd auf die Labels zu sehr fokussieren. Und in die 10 Anzeigen einer toxischen Frau kommen wir jetzt gleich. Jetzt müssen wir bloß noch kurz was behandeln, weil ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, nämlich wie man eine manipulativ und bösartige Frau erkennt. Markiere ich euch auch nochmal oben. Und da habe ich dann auch mal einen Kommentar gekriegt, das lese ich euch vor, was ich sehr interessant fand. Viele Frauen weisen ebenfalls einige dieser 20 Kriterien der Psychopathie auf. Und liest man sich auch mal die Definition von Narzissmus und Borderline durch, dann bekommt man als Mann eine Gänsehaut. Man sieht dann die Ex-Freundin vor sich und versteht plötzlich ihr Verhalten, beziehungsweise kann diese zumindest diagnostizieren. Und da ist, wie schon anfangs erwähnt, dieses Problem mit dem Hyperfokus auf diese Labels. Und mein Appell an euch, dass man sich hier vielmehr nur aufs Verhalten konzentriert und dann darauf die Leute bewertet, anstatt dass man dauernd eventuell Fehldiagnosen stellt und sich dann zu sehr auf nur einen bestimmten Kreis von Verhaltensweisen fokussiert. Und was ich da auch interessant finde, ist, dass ich persönlich halt schon sehr früh immer diese unbewusste Analyse schon integriert habe, dass ich, sobald ich merke, eine Frau verhält sich in einer bestimmten Art und Weise so, dass mir in dem Fall solche toxischen Frauen im größten Teil dann ferngeblieben sind. Deswegen ist es auch nochmal so wichtig, immer diese Zeichen zu erkennen, weil wenn ich jetzt auch meine Ex-Freundin anschaue, habe ich da auch nach der Trennung kein Problem, mit denen Kontakt zu haben oder dann über die zu sprechen, dass ich dann da auch eventuell, wie jetzt er schreibt, Kriterien von Psychopathie, Narzissmus oder Borderline in denen erkannt habe, weil ich eben schon sehr früh mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe und halt da auch echt vorsichtig das immer evaluiert habe. Und deswegen ist es für euch auch so wichtig, damit ihr dann nicht, wie er jetzt hier, diese Probleme aufweist und dann vielleicht wieder beim Super-Extreme die Borderline-Geschichten in seinen Post verhaut. Antwort darauf kam dann noch, wenn ich mir die Definition von Borderline durchlese und mir Red Pill-Videos anschaue, komme ich zum Schluss, dass demnach quasi jede Frau heutzutage mehr oder weniger Borderlinerin ist, also per Definition toxisch, was ich von meinen bisherigen Erfahrungen auch bestätigen kann. Und da muss ich einfach widersprechen, weil trotzdem an der Gesamtheit der ganzen Menschen und halt auch an den Frauen, die ja meistens viel häufiger Borderlinerinnen sind als Männer, ist das Erkrankungsbild von Borderline immer noch in den unteren 10% sogar niedriger anzusiedeln, dass man dann einfach da einfach das Award nimmt und sagt, ja, alle Frauen sind so, weil das ist in diesem Fall Schwachsinn, weil du kannst es einfach nicht wissenschaftlich replizieren. Und zweitens muss man ja auf die eigene selektive Wahrnehmung aufpassen. Kenne ich auch, wenn man dauernd manche Red Pill-Channels aus den USA anschauen, wo halt nur noch diese, ja, hier betrug, da betrug, das, das, das und dann hat man dann auch noch hier diese eigenen schlechten Ex-Freundinnen gehabt, dass man dann zu so einer Schlussfolgerung kommt, aber man muss halt da auch immer die Wissenschaft mit rein betrachten, dass man nicht in selektive Wahrnehmungsfehlschlüsse reinkommt. Und darum komme ich jetzt auch ins Eingemachte rein. Ja, und ja, ich verstehe auch meine MGTOW-Zuschauer, die dann sagen, okay, unabhängig davon, egal wie hoch sie Ehrlichkeit und Bescheidenheitswerte in sich trägt, am Ende, weil ich habe da ein gutes Kommentar, wo er das eben sagt, dass es ihm eigentlich relativ egal ist, weil er hat keine Lust, Zeit und Arbeit da reinzustecken, das dauernd zu analysieren und sich selbst zu kontrollieren, dass er eben dauernd die Leistungslast erfüllt, ob sie dann, weil alles in der Übergabe, egal wie ehrlich, bescheiden oder nicht, und wenn man halt unter die Leistungslast fällt, dann steigt halt einfach die Wahrscheinlichkeit, wenn andere Aspekte noch eintreffen, dass die Frau dann halt Monkey-Brancht und den Bigger-Better-Deal nimmt, wie man ja sagt. Und er schreibt da ja, unabhängig wie ehrlich und bescheiden sie ist, er hat einfach keine Lust mehr, in diesem Hamsterrad dieser Leistungslast zu agieren und dass eben die Risiken für ihn größer als der mögliche Gewinn ist. Und das finde ich eine absolut legitime Position, die man hat, nämlich, dass man da seine eigene Zeit viel mehr in seinen eigenen Lebenssinn steckt und halt, wie er das schreibt, sich nicht dauernd auf Frauen fokussiert und die dann zu dem neuen Sinn im Leben macht. Und dazu muss man ja nicht so heftig MGTOW sein, wie er das hier schreibt, dass man sich komplett aus dem Leben streicht und sich nur noch auf das eigene Ding konzentriert, sondern man kann ja hier auch ein bestimmtes Spektrum leben. Also man muss nicht ein MGTOW-Mönch sein, sondern man kann natürlich auch lockerer daten. Deswegen ist dieses Video jetzt eher für die Redpiller von euch, die noch auf dem Datingmarkt aktiv sind und natürlich hier eine neue Toolbox haben wollen, um sich damit auseinanderzusetzen. Allgemein kann man also sagen, dass der Ehrlichkeitsbescheidenheitswert ein Spektrum ist. Denn wie hat der Dostoyevsky schon immer gesagt, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz eines jeden Menschen. Und das sehen wir hier auch beim Ehrlichkeitsbescheidenheitswert. Also es ist nicht, dass Menschen 100% gut sind oder 100% böse, sondern halt immer auf diesem Spektrum variieren. Und das Wichtige sind halt diese 10 Aspekte, dass man sieht, okay, diese Frau in dem Fall ist niedrig auf diesen Wert. Und das sehen wir schon am ersten Punkt, wenn sie Lovebombing verwendet. Das kennen einige von euch schon, die sich mit Borderlinerinnen auseinandergesetzt haben, die dann zuerst in diese Idealisierungsphase reinkommen und einen da hochloben und sagen, boah, du bist toll und das machst du super und ach, ich habe ja auch die gleichen Interessen. Und den Mann in dem Fall am Anfang hochpumpen, wenn dann später dann der Wechsel kommt und die Abwertungsphase eintrifft. Und das machen eben nicht nur die Borderlinerinnen, sondern auch die narzisstische Lovebombing-Phase nennt sich das dann. Und das kann man dann eben auch so zusammenfassen, dass man eben die ganzen Spektren, den Narzissmus und Borderline in dem Fall und halt noch die anderen Komorbiditäten, die da mit reinfallen, zusammenfasst und eben an diesem Aspekt erkennt. Das Zweite ist Gaslighting und Lügen. Gaslighting bezeichnet eine Verhaltensweise, wie man schon beim Will Smith und seiner Jada gesehen hat, mag ich euch da oben auch, habe ich mal analysiert, dass sie eben dauernd Euphemismen verwendet und ihr Opfer, in dem Fall der Will Smith, an der Realität zweifeln lässt. Und das macht sie eben dadurch, indem sie ja diesen Betrug, der da begangen wurde, in einen Euphemismus packt und wie es aus diesem alten Film ja kommt, dieses Wort Gaslighting, dass sie dann am Gaslicht dreht und das kleiner macht. Also sie minimiert es oder sie maximiert es, dass da eben das Passierte in so einem Art Strohmann verpackt wird und sagt, na, das war kein Fremdgehen, das war nur eine Verstrickung. Das ist halt dieser Euphemismus, wodurch sie ihn eben einreden möchte, dass er sich nicht so aufführen braucht, dass er komplett überspitzt und dramatisiert reagiert, wobei sie ihm die Gefühle abspricht und natürlich das auch in so eine Lüge verpackt. Und das sehen wir auch sehr häufig bei diesen Menschen, die niedrig im Ehrlichkeitsbescheidenheitswert sind, dass da auch oft gegaslighted wird. Punkt 3 ist die sogenannte Triangulation. Das besagt nämlich folgendes, dass eben vor allem Narzissten andere Leute rekrutieren, ihre Agenten oder die fliegenden Affen, wenn man jetzt den Zauberer von Oz hernimmt und diese böse Hexe, die er dann dauernd Geschichten so manipulieren, auch wieder mit diesem Gaslighting und anderen einen komplett anderen Tatverlauf erklären. Nämlich wenn es jetzt zum Streit kommt und die Frau in diesem Fall hat irgendwas Schlimmes gemacht, wie es die Jada Smith, dieser Betrug, dann holt sie sich ihre Freunde und die sogenannten Enabler her und erzählt denen die Geschichte, wo sie nur als Opfer dasteht und den anderen letztendlich dann als Täter deklariert, wobei es ja häufig dann auch umgekehrt wäre. Also diese sogenannte Täter-Opfer-Schuldumkehr, wie man von den Borderlinerinnen dann oft auch kennt. Was man natürlich hier dann auch sehen, dass dann die anderen, die dann rekrutiert werden und noch mit ins eigene Boot geholt werden, denen dann auch glauben und dann noch auf den anderen hacken, weil sie ja dann auch glauben, okay, der ist der Täter. Währenddessen der wahre Täter sich zum Opfer deklariert hat und sie dann rekrutiert hat. Insgesamt kann man also sagen, dass man nur selber, als Missbrauchsopfer in diesem Fall, das wahre Gesicht kennt, was sich dann halt da in dieser hinterlistigen Triangulation zeigt, dass da eben andere noch mit her rekrutiert werden. Punkt vier ist, dass sie allgemein, egal ob Narzissten, Borderliner, Histrioniker oder wie sie auch alle heißen, immer Bad Enders sind. Also sie haben immer Probleme mit ihren Ex-Partnern und haben da immer total schlechte Erlebnisse zu erzählen, haben gar keinen Kontakt mehr. Der Ex war nur immer böse, sie waren immer in der Opferrolle, haben überhaupt gar nichts für ihr Verhalten gekonnt und in jedem Streit war natürlich der andere immer der, der dramatisiert und sich zu heftig aufführt. Und da erkennt man das auch sehr gut, wenn man mal fragt, ja, wie schaut's denn aus? Bisschen mit denen gut klarkommen? Habt ihr euch im Guten getrennt und so weiter? Und wenn dann da immer rauskommt, okay, ja, na, die waren immer schlecht, dann muss man halt manchmal die Frage stellen, ob sie nicht selber auch mit Schuld an tragen. Ja, ist so schön, wenn man einen Arsch trifft, hat man halt einen Arsch drauf. Aber wenn man ständig Arschlöcher trifft, dann ist man vielleicht selber das Arschloch. Punkt 5 ist die sogenannte instrumentale Nettigkeit. Was wir hier sehen, ist ein typischer Aspekt vom Machiabilismus, den sie sich oft auch teilen, dass sie eben zu anderen, von denen sie was brauchen oder von denen sie was benötigen, immer so super nett sind. Und sobald sie das dann haben, was sie wollen, dann kommt das im Englischen das Bait and Switch, also zuerst das Locken und Ködern durch die Freundlichkeit und sobald sie dann das haben, wechseln sie um und zeigen dann auch ihr wahres Gesicht, wo man dann halt auch sieht, okay, wenn eine Frau das mit anderen macht, also im eigenen Umfeld ist sie immer total nett, aber dann, wenn sie von anderen was will und das dann auch bekommen hat, dass sie dann plötzlich wechselt und bissig wird, dann muss man sofort alle Alarmglocken sehen, denn diese Verhaltensweisen sind immer multidirektional, sagt man. Wenn sie das nämlich mit denen zeigt, okay, diese Dynamik, von dem hat sie es bekommen und sofort wird sie bissig böshaft und tut den Entwerten, dann wird es nicht lange dauern, dass sie das dann auch irgendwann mal mit dir machen wird und deswegen muss man hier auch sehr drauf schauen, dass man hier solche Verhaltensweisen erwischt. Punkt 6 sehen wir in der heutigen Zeit sehr häufig, das ist der sogenannte Geltungsaltruismus oder zu Englisch Virtue Signaling. Das ist auch ein Kernzeichen von diesen Narzissten, vor allem den Verletzlichen, den Verdeckten, die ja dann immer sich in diese Opferrolle schulen und sagen, oh, ich bin wirklich, ich bin so arm und durch meine Opferrolle und meine Position in der Opferhierarchie bin ich dadurch, das need der menschlichen Schöpfung. Da gibt es auch interessanterweise erst eine neue Studie, die kürzlich erschienen ist, die zeige ich auch, die besagt eben zu Englisch Signaling Virtuous Victimhood as Indicators of Dark Tried Personalities. Also Geltungsaltruismus, der Opferrolle der eigenen, als Indikator für die dunkle Triade. Und was wir hier eben auch sehen, das ist halt alles dann korreliert, Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie, dass die dann eben gerne in der Öffentlichkeit, vor allem hier in den westlichen Gesellschaften, darstellen möchten, wie arm sie doch sind. Oder die setzen sich dann extra in Facebook für die Opfer ein, für diese armen, die tun einem ja so leid und so weiter. Und je höher eben ein Mensch in der Öffentlichkeit immer zeigen muss, wie gut er ist, desto häufiger ist es auch so, dass er im Privaten oder im Interpersönlichen mit anderen Menschen umso bösartiger ist. Weil die sehr häufig davon überzeugt sind, dass sie ja der Zenit der menschlichen Schöpfung und der Gutheit sind, dass sie sich ja in der Öffentlichkeit so für die anderen einsetzen. Aber wenn es dann darum geht, auch das Verhalten zu zeigen, ja, dann bitte nicht im eigenen Garten. Alle Flüchtlinge der Welt sind willkommen, aber bitte nicht bei mir zu Hause oder auch in der eigenen Umgebung. Das ist halt auch so ein Klassiker, den wir hier sehen. Punkt 7 ist die Schuldverschiebung und die Schuldgefühlsausflüge. Also man sieht hier immer diese Verantwortung, die abgeschoben wird. Immer sind die anderen schuld. Vor allem, wenn sie dann auch selber für irgendwas verantwortlich sind, sagen sie dann immer, oh, der ist schuld. Und dann schicken sie den noch auf einen Schuldgefühlsausflug, damit sie auch ja nicht selber sich wie Erwachsene verhalten müssen. Weil sehr oft sind diese Menschen, Borderliner, Narzissten und so weiter, Zwölfjährige im Geiste, gefangen im Körper von eben Erwachsenen. Punkt Nummer 8 ist die Aufmerksamkeitssucht und die Selbstdramatisierung. Selbstdramatisierung sehen wir sehr oft bei den Histrionikern, die sich dann, oh, mei, oh, uh, und so weiter, mit den heftigsten Schauspielern dann aufführen. Oder dann halt auch immer diese Aufmerksamkeit haben wollen. Wie auch bei den Geltungsaltrösten. Die wollen ja auch insgeheim als gut anerkannt werden, weil sie ja davon überzeugt sind, was für heftige Samariter sie sind. Und hier in dieser Grandiosität immer Aufmerksamkeitssucht durch tonnenweise Instagram-Likes, durch Zeigen von neuen Besitztümern und dieses ganze Flexing, was man ja auf den sozialen Medien immer sieht. Das ist auch ein Alarmstufe-Rot-Anzeichen. Punkt Nummer 9, sie sind häufig neidig auf andere. Punkt Nummer 9, sie sind sehr häufig neidisch auf andere und davon überzeugt, dass andere auch neidisch auf sie selbst sind. Vor allem in Deutschland kommt es ja auch häufiger vor mit dieser ganzen Neidkultur und Ungleichland, ja, weil die ganzen Sozialisten natürlich auch immer neidisch sind. Das ist ja eigentlich der Inbegriff vom Sozialismus. Auch dieser Geltungsaltröismus, ach, ich interessiere mich so für die Armen und die haben viel zu wenig, wobei das ja insgesamt und insgeheim dann auch immer der Neid auf die Reichen sind, die dann auch was haben. Denn wenn es im Sozialismus wirklich um Mitgefühl ginge, dann hätte man die letzten 100 Jahre dadurch nicht mehr als 100 Millionen Tote zu verzeichnen. Und der letzte Punkt Nummer 10 ist die narzisstische Wut. Also sobald man irgendeine manipulative Verhaltensweise, wie jetzt vorhin aufgezählt, bei denen bezeichnet und betitelt, dann kommt das zwölfjährige Kleinkind raus, weil sie sich dann ausführen, wie als hätten wir ihnen den Lolli weggenommen. Also sie sind massiv passiv-aggressiv bei den Frauen, weil die ja ihre Aggression gehäuft indirekt ausleben und tun dann verdeckt Gossipen hinter deinem Rücken oder dich niedermachen vor anderen Leuten und all diese Verhaltensweisen, die dann eben darauf zurückschließen lassen, dass eben hier man eher mit einem Zwölfjährigen oder einer Zwölfjährigen argumentiert oder sich auseinandersetzt als mit einer erwachsenen Person, die da an Kritik oder bestimmte Sachen, die angesprochen werden, mit einer gewissen Reife rangehen können. Also, ich hoffe, ihr könnt jetzt diese 10 Verhaltensweisen einprägen, damit ihr auch in Zukunft diese toxischen Frauen vermeiden könnt. Und in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch.